Das Schwarzwälder Kaltblut ist eine alte Pferderasse, die insbesondere für die schwere Waldarbeit unter ungünstigen Bedingungen im Schwarzwald gezüchtet wurde, sich aber heute zunehmender Beliebtheit auch als Freizeitpferd erfreut. Es steht auf der roten Liste der gefährdeten einheimischen Nutztierrassen in Deutschland. In Deutschland gab es 2012 mehr als 700 Zuchtstuten und ca. 40 geklörte Hengste. Hintergrundinformationen zur Pferdebewertung und Zucht finden sich unter Exterieur, Interieur und Pferdezucht. Exterieur Schwarzwälder sind in der Regel Füchse oder Dunkelfüchse mit heller Mähne. Es können auch braune sein, ganz selten ist ein Schimmel oder ein Rappe. Sie haben ein Stockmaß von 148 bis 160 cm, einen kurzen, markanten Kopf, kräftigen Hals, schräge Schulter, breite Gruppe und raumgreifende Gänge. Das Gewicht beträgt 600 bis 700 kg. In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurde das Zuchtziel eines etwas höheren Stockmaßes als früher verfolgt und erreicht. Da die Pferde nicht nur Schrittarbeit leisten sollten und sowohl zum Fahren als auch zunehmend zum Reiten verwendet werden. Schwarzwälder Pferde sind heute beliebte Freizeitpferde und gut zum Reiten geeignet. Obwohl nahezu alle Schwarzwälder Kaltblüter traditionell Lichtfüchse sind, also ein rötliches Fell mit heller Mähne und hellem Schweif besitzen, gibt es unter ihnen, wie oben beschrieben, auch sehr wenige Tiere anderer Farbe. Da einige Pferde dieser Rasse eine extrem dunkle Fellfarbe mit hellem Langhaar haben können, entstehen immer wieder Diskussionen darüber. Ob es sich bei diesen Tieren um sehr dunkle Lichtfüchse oder aber um Rappen mit dem Windfarb gehen, welches schwarzes Langhaar aufhält, handelt. In diversen Studien wurde jedoch durch genetische Tests belegt, dass die erste Annahme korrekt ist. Auch die dunklen Vertreter der Schwarzwälder Kaltblüter sind genetisch Füchse. Interessanterweise wurde in einer weiteren genetischen Studie jedoch nachgewiesen, dass das Windfarb-Gen, das bei fuchsfarbenen Pferde keinen Effekt auf die Fellfarbe hat und dort nur verdeckt getragen wird, der noch zu einem sehr geringen Prozentsatz beim Schwarzwälder Kaltblüter vorhanden ist. Höchstwahrscheinlich wurde es bereits vor vielen Generationen und vermutlich durch einen Adener in die Rasse eingebracht. Wegen der fehlenden Auswirkung bei Füchsen gab es jedoch keinen Grund für eine Selektion auf dieses Gen und es ging weitgehend wieder verloren. Interieur, Genügsamkeit und Gutmütigkeit zeichnen die langlebigen Zehnschwarzwälder Füchse aus. Sie mussten sich in ihrer ursprünglichen Heimat bei unregelmäßiger und harter Arbeit sowie begrenztem Futter- und Raumangebot im harten Winter des Südschwarzwaldes bewähren. Um 1900 unternommene Versuche, andere Kaltblutrassen einzukreuzen, scheiterten. Der Schwarzwälder wird als Arbeits- und Freizeitreitpferd verwendet. Zuchtgeschichte Die Zuchtgeschichte dieser Pferde geht wohl schon auf das Mittelalter zurück. Früheste Aufzeichnungen über das Wälderpferd finden sich in Klöstern und stammen vom Beginn des 15. Jahrhunderts. Das Wälderpferd wurde von den Landwirten im Schwarzwald gezüchtet und wird genealogisch der Norica-Gruppe der Pferderassen zugeordnet. Seit 1896 wird ein Stutbuch geführt und die Schwarzwälder Pferdezuchtgenossenschaft wurde gegründet. Diese ging 1936 im badischen Pferdestannbuch auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren im Stutbuch noch 1234 Stuten verzeichnet. Zu dieser Zeit erfolgte eine Aufteilung in zwei Stammbücher. Erst 1978 wurde wieder eine Zusammenführung erreicht, als der Pferdezuchtverband Baden-Württemberg-HV entstand. Leider kam es ab 1947 wie bei nahezu allen Kaltblutrassen. Durch die Motorisierung der Landwirtschaft und des Transportwesens zu einem massiven Rückgang der Zahl der Schwarzwälder Kaltblüter, welche 1977 mit 159 Stuten ihren Tiefspunkt erreichte und insgesamt sieben der vormals neun Hengstlinien auslöschte. Übrig blieben die durch den Hengstdeutschritter begründete D-Linie und die durch den Hengstmittler begründete M-Linie. Der Typ des heute wieder begehrten Wälderpferds wäre nicht ohne den Widerstand der Stutenhalter in der Zeit zwischen 1880 und etwa 1960 erhalten geblieben. 1880 trat das Chörgesetz in Kraft, auf dessen Grundlage das Landgestüt in Karlsruhe über die Einkreuzung schwerer ausländischer Kaltblutrassen versuchte, den Typ des badischen Kaltblutpferdes deutlich zu verändern. Die Bauern im Schwarzwald wehrten sich dagegen, indem sie weiterhin und trotz der Androhung hoher Geldstrafen ungekürte Hengste des Wäldertyps zur Zucht verwendeten. Dies hatte auch praktische Gründe, denn viele der schweren Kreuzungsstiere waren nur bedingt brauchbar für die harten Bedingungen. Die Arbeit im Gelände des Schwarzwaldes und die weiterführende Zucht. Eine Ausnahme bildete allenfalls der Anfang des 20. Jahrhunderts gekürte Adener Hengst Marquis, der in vielen Stammbäumen von Schwarzwälder Kaltblütern zu finden ist. In den letzten Jahrzehnten wurde es aufgrund der nur noch geringen Zahl reinrassiger Stuten notwendig, einzelne Hengste anderer Rassen zur Zucht zuzulassen, um eine zu hohe in Zucht zu vermeiden. Zu diesem Zweck wählte man insbesondere Norika und Freiberger, die vom Körperbau dem Typ des leichteren Schwarzwälder Kaltbluts entsprachen und genau wie dieses gut an Kargebergregionen angepasst waren. Mit dem Norika-Hengst namens Reitnero wurde in den 70er Jahren eine neue R-Linie und mit Wirtsdiamant eine neue W-Linie gegründet. Der Freiberger Hengst Hauenstein brachte über die Stutenseite neues Blut in die Rasse hinein und in den 80er Jahren begründete der Freiberger Hengst Dajan die F-Linie. Die jüngsten Linien entstanden in den 90er Jahren mit Hilfe des Schleswiger Kaltblut-Hengstes Varus und des Norika-Hengstes Refulkan. Im Jahr 2002 wurden 236 Schwarzwälder Kaltblüter der M-Linie, 185 der R-Linie, 155 der D-Linie, 90 der W-Linie, 16 der F-Linie, 7 der K-Linie und 4 der V-Linie zugeordnet. Deckhengste stehen heute zum Beispiel in den verschiedenen Stationen des Haupt- und Landgestütz Marbach.